Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema Denken macht krank. Denken macht krank. Das sagen einige vielleicht wieder. Jetzt redet er völlig durch. Ich kann noch nicht ohne Denken leben. Man muss doch alles gut vorher bedenken. Man muss doch über alles nachdenken. Nachdenken sagt doch das Wort schon. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie wirkt nachdenken auf dich? Nach etwas tun. Nach dem, was du eigentlich schon entschieden hast, zu denken. Das ist nachdenken. Denn die Antwort auf 100%, nicht 99,9%, 100% aller Dinge im Leben trägst du in dir. Die sind deiner Intuition. Aber diejenigen, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute stehst, haben dir eines beigebracht, nachzudenken und auf deine Intuition zu verzichten. Klingt komisch? Ist so. Ist nicht komisch. Denn wenn die Menschen angebunden sind, wenn die Menschen bei sich sind, wenn die Menschen einfach ihrem eigenen Kompass folgen, dann passiert so gut wie gar nichts Böses auf der Welt. Falsches auf der Welt, Schlechtes auf der Welt. Das passiert erst, wenn Menschen nachdenken. Wenn Menschen sich in den Prozess reinbegeben, indem sie diejenigen, die sie beherrschen, die sie unterdrücken, die sie manipulieren, die sie am Ende auch zerstören. Da hinten läuft übrigens Freddy. Nur dann, wenn dieser Prozess läuft, dann sind Menschen beherrschbar. Und das war Marley. Und beherrschbare Menschen sind genau das, was die Despoten dieser Welt wollen. Sie wollen die Welt kontrollieren. Und deswegen muss man den Menschen als erstes das Denken beibringen und das Fühlen abgewöhnen. Menschen sind nichts anderes als Hunde, Katzen, Elefanten. Man kann sie konditionieren. Man kann sie abrichten. Man kann sie zu dem machen, was man möchte. Und das findet statt. Das findet seit Jahrhunderten statt. Das findet statt, indem man ihnen Geschichten erzählt. Diese Geschichten werden dann Geschichte genannt. Es ist ja schon im Wort drin. Das, was in der Geschichte steht, ist selten wahr. Guck dir alle die Dinge an, die dir erzählt werden. Von Adolf Hitlers Tod bis Mondlandung und Kennedys Ermordung bis 9-11. Nichts von dem, was dir erzählt wird, stimmt. Geschichte stimmt an vielen Stellen nicht. Aber das merkst du erst dann, wenn du aufhörst nachzudenken und wenn du anfängst, deiner Intuition zu folgen, zu fühlen. Nichts stimmt von dem, was dir erzählt wird. Wer Leid erfahren hat. Wer Gutes getan hat. Wer für die Menschen ist. Wer gegen die Menschen ist. Mach es einfach immer von falsch nach richtig. Dreh alles um. Dann hast du 95, 99 Prozent der Wahrheit gefunden, der Wahrheit erkannt. Und die Wahrheit wird durch Nachdenken abgedeckt. Denn wenn du deinem Gefühl folgst, es gibt so viele Beispiele, dann bist du nicht mehr erreichbar für die Lügen derjenigen, die die Dompteure im Menschen Zoo sind. Die Soziopathen und Psychopathen, die Politik machen und Staat veranstalten. Und dann bist du raus aus dem Spiel. Denn dann verstehst du, dem zu glauben, dem zu folgen, auf das zu hören, was in dir angelegt ist. Und es ist alles da. Du musst es nur wieder ausbuddeln. Mal nachgucken. Hey, wo ist der Torben? Hey, wo ist Marita? Hey, wo bin ich? Du wirst richtig positiv erstaunt sein, was du findest. Und dann guck dir einfach mal die Bilder von 9-11 nochmal an. Findest du überall im Internet. Und dann fang an, das auf dich wirken zu lassen. Können zwei kleine Flugzeuge diese Kolosse zum Einsturz bringen? Die fallen lotrecht in sich runter. Komisch, ne? Wenn du damit fertig bist, fahr'n nach Cape Canaveral. Da ist das Museum der NASA. Geil wie Disneyland. Ich fahr' da schon oft. Ist echt lustig. Ist echt schön. Kann man sich alles angucken. Und dann guck dir das ausgestellte Equipment an. Guck dir die Astronautenanzüge an. Guck dir die Technik an. Dann stell dir die Frage, ob man mit dem Krempel jemals den Mond erreicht hat. Kannst ja machen. Oder beschäftige dich mit den Akten von John F. Kennedy's Ermordung. Warum sind da so viele Dokumente selbst von Trump noch nicht freigegeben worden? Komisch, ne? Warum macht der ja so den Menschen zugewandte Joe Biden nicht einfach die Archive auf? Komisch. Echt komisch. Stimmt da was nicht an der Geschichte? Hast du mal Weltkriegsbomber gesehen? Stehen in vielen Museen. Im Deutschen Museum in München findest du solche Sachen. in den Luftfahrtenmuseen. Guck dir die Technik an. Kannst teilweise noch mit einer alten Junkers bei der Lufthansa Rundflüge buchen. Guck dir die Technik an. Guck dir amerikanische Bombe an. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann denk mal über Atomwaffen nach. Gibt's die? Sagt dir Enola Gay was? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Enola Gay war der Bomber, der die angeblich erste Atombombe abgeschmissen hat. Genau, ich glaub das auch. Mit der Technik von damals war es möglich, exakt 200 Meter über Hiroshima die Bombe zu zünden. Mal abgesehen von der Technik, über die man dann auch noch viel nachdenken kann. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Guck dir die Bilder von Hiroshima an. Guck sie dir an. Warum sind da noch viele Fensterscheiben in den Gebäuden? Komisch, ne? Warum sind da Bäume stehen geblieben dicht am Epizentrum? Komisch. Fang dann nicht an, das mit den Bildern von Dresden nach den Terrorakten gegen Dresden zu vergleichen. Hör auf! Hör auf, die Flächenbaum mal dem Mars anzugucken und Hiroshima und Nagasaki anzugucken. Hör auf damit! Denn das würde auf dich wirken. Dann würdest du darüber deine Empfindung entscheiden lassen. war das so? Ist das so? Wird mir was erzählt? Diejenigen, die dich beherrschen wollen, wollen dich denken. Mk-Ultra heißt eines der Programm, aber es ist nur eines. Es gibt sehr viel mehr. Und alle Menschen, die sich von sich selber, von ihrer eigenen Angebundenheit entfernt haben, sind erreichbar für diese Erzählungen, für diese Geschichten. Glauben, das, was ihnen die Geschichte und der Staat erzählt, die Herrschenden. Aber das musst du nicht. Du kannst anfangen, auf dich zu hören. Du kannst anfangen, das, was sie schlecht gefegt haben, zu überprüfen. Und dann stellst du fest, oh, auf mich wirkt fast jedes Ereignis, was große Umbrüche ausgelöst und verursacht hat. Ganz anders als die Geschichte, die mir bisher erzählt wurde. Komisch, komisch. Fang bloß nicht an zu fühlen. Dann fühlst du ganz, ganz andere Dinge. Kirchen tun Gutes. Die Katholische Kirche tut Gutes. Natürlich haben sie die Kirchengeschichte auch gefegt, aber sie konnten nicht alles wegfaken, was sie an Bösen, an Verbrechen, an Unsäglichen getan haben. Klappt nicht. Dass Kirche einfach auf dich wirken, den ganzen Prunk, die ganzen Besitztümer, den ganzen Reichtum, dann lass auf dich wirken, dass diese wunderbare Kirche, speziell die katholische, diesen Reichtum nicht teilt. Komisch, ne? Stehen anders was in den Büchern. Denk nicht, fühle. Fühle. Lass auf dich wirken, dass die wunderbaren Kirchen im schönsten Deutschland aller Zeiten dankbar vom größten Führer aller Zeiten die Kirchensteuer angenommen haben. Passt das? Natürlich gab es auch immer in Kirchen Menschen, die gesagt haben, das ist falsch, das ist böse, das sollten wir nicht tun. Ja, die waren immer zugegen. Die waren immer da. Aber es war eine mikroskopische Minderheit. Lass Kirche auf dich wirken. Lass alles, was dir erzählt wird, auf dich wirken. Und urteile nur nach deiner Empfindung, nach dem, was aus dir herauskommt. Du kannst komplett aufhören, Zeitungen zu lesen, Artikel zu lesen, es braucht kein Schwein. Du brauchst auch nicht Telegramm lesen, du brauchst gar nichts, du brauchst die Schlagzeilen und dann musst du nur die Punkte verbinden. Da, 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 ganz einfach. Heute ist Pfingst, Samstag. Zufälle gibt's. An diesem Wochenende trifft sich eine Organisation des organisierten Verbrechens, G7 genannt, merkwürdigerweise ausgerechnet zufällig in Hiroshima. An diesem Wochenende trifft sich eine kriminelle Organisation, die Bilderberger genannt, zufällig in Lissabon. Zufälle gibt's. Nichts ist zufällig. Es gibt keinen Zufall. Auch das wirst du verstehen, wenn du auf dich selber hörst. Alles ist bestimmt. Alles kommt so, wie es kommen muss. An diesem Wochenende fliegt der kleine Nazi-Schauspieler aus der Ukraine nach Hiroshima. Was wollen sie dir damit erzählen? Ich erzähl's dir nicht. Du musst es auf dich wirken lassen. In dem Sinne viel Erfolg beim Empfinden. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.